Ich kann mich gut an meine Anfänge erinnern, als ich mich zum ersten Mal mit Goldmünzen und mit der Anlage in Edelmetalle beschäftigt habe. Und ganz oft habe ich mir die Frage gestellt, welches Produkt ist wohl das Richtige für mich und wie finde ich den richtigen Einstieg? Den meisten geht es so, dass man sich erstmal heranschnuppern möchte und für sich einen günstigen Einstieg sucht. Deswegen haben wir heute für Sie das Kettner-Einsteiger-Paket S, welches ich so speziell mit meinem Team für Sie zusammengestellt habe. Schön ist das Produkt deswegen, weil es Ihnen die Möglichkeit gibt, nicht nur die Produkte in einer Vielfalt zu sehen und man wirklich was in der Hand hat. Nein, Sie haben optimale Krisenschutzprodukte zum Tausch für jeglichen Notfall. Und unter 1000 Euro ist das für die meisten wohl ein Einstiegspunkt, der keine große Hürde aufweist. Und deswegen schauen wir uns nun einmal an, was sich in diesem Kettner-Einsteiger-Paket S befindet. Und zwar sehen Sie hier an erster Stelle einmal die 1 Gramm-Goldmünze der Arche Noah. Eine Münze, die in Deutschland produziert wird, aber von der armenischen Bundesbank ausgegeben ist. Die 1 Gramm-Münzen sind nicht nur optimales Tauschstück, nein, Sie bekommen diese auch in dieser wunderbaren Kapsel, weswegen man sie nicht mit den Handschuhen anfassen muss, sondern sie sind perfekt geschützt. Auf der Rückseite haben Sie eine Seriennummer, jede Münze hat Ihre eigene Nummer und ein Echtheitszertifikat. Von diesen Münzen befinden sich drei Stücke im Paket, wie Sie auch hier in der Nahaufnahme sehen können. Um etwas Vielfalt dabei zu haben, bei einem der absoluten Bestseller haben wir auch die 1 Zehntelunze Gold-Bretannia mit drin. Die 1 Zehntelunze ist die wohl sicherste Goldmünze der Welt. Mit dreierlei Sicherheitsmerkmalen versehen macht es diese Münze unmöglich, sie zu fälschen. Und natürlich darf auch Silber nicht fehlen als der kleine Bruder des großen Goldes, denn Silber hat in Zeiten von Wertsteigerungen deutlich bessere Entwicklungen, ist allerdings auch volatiler, wenn die Kurse rückläufig sind. Und davon haben wir zehn Stücke im Paket. Ich würde mich freuen, wenn Sie damit Ihren Einstieg in Gold und Silber gefunden haben und schreiben Sie gerne auch mal in die Kommentare, wie es sich anfühlt, wenn Sie Ihren eigenen Schatz in den Händen halten und das Paket öffnen. Hier geht es zum Kettner-Einsteiger-Paket S und ich freue mich auch, wenn Sie sich mit weiteren Produkten aus dieser Playlist beschäftigen. Ihr Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle